Hallo und herzlich willkommen zurück zu Justin Weck and the Big Time Hack. Ja, in der letzten Folge haben wir ja gesagt, wir können nur noch hier die Straße entlang gehen. Und das werden wir jetzt auch mal tun. Unterdessen unter der Erde. Oh. Revenge, I dub thee. Ruslash. Unbound. Okay. Ja, das sieht hier doch ein bisschen größer aus. Mal bei allen erstmal gucken hier. Mal bei allen sehen. Mal bei allen sehen. Okay, dann werden wir wahrscheinlich einen Paarungsruf machen müssen und das Kaninchen nicht einfangen müssen. Okay. Ach du Scheiße. Okay. Gucken, kann man hier irgendwas mitnehmen? In seine Notizen. Moment. Hilfsnotiz? Aufgabenheft? Meint er das? Äh, nee. Okay, das meint er offenbar nicht. Erfahrungsberichte zum Fangen von Kaninchen. Es scheint, dass man Fallen bauen kann, indem man Köder oder etwas, das den Köder an Ort und Stelle hält, mit einer Art Fernaufer. Und einen Auslösemechanismus kombiniert. Okay. Ja, der scheint irgendwelche Probleme zu haben. Oh, Kleidung. Ja, ne? Die haben bestimmt alle geraucht. Ja, das ist ja. Mind if I borrow this thing? Whoa, a speaking cavey. You feeling all right? Well, thanks for asking. I do feel kind of lost, but I must admit this little adventure is kind of refreshing. Well, we better have the medicine dino take a look at you, as soon as he's back from his hunting expedition. What's your name? Gee, I hate seeing doctors. But if you insist, my name is Justin. I'll make sure to put your name on his list, Justin. And now that you can speak dinosaur, will you tell the other caveys that hunting animals is strictly forbidden? Will they understand, though? Dinosaur, I mean. Hmm, I guess you're right. We'll make sure to keep an eye out for any cave folk trying to hunt or cook animals, then. Will do. As the keeper of the cave folk daycare, I'm responsible for all the caveys in the village, and there will be no eating of flesh on my watch. Got it. Anyway, about that seashell horn? Go ahead. Please, don't blow that thing too early in the morning, though, or you'll wake everyone up. That thing is loud. Cool. Das ist laut, okay. Ähm, ja, die Frage ist... Äh, okay. Okay, kann man hier noch irgendwas machen? Nach links kann ich nicht, ne? Nehm. Ja, wie komme ich denn wieder raus? Achso, hier. In einer anderen Zeitperiode. Zeitperiode. Ja, geh auf, Kupi-43. Und dann habe ich ihn gefunden, aber mit seiner Kopf. Ja? Seine Kopf war... Es war blanchelt auf, Doc. Krapatulos. Wir schauen uns an den Kupi-43 hier, Kupi-43. Ja, Kupi-43. Ja, Kupi-43. Ach, der hatte sich gar nicht vorgestellt. Oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht genau. Ähm. Was ich in der Folge vorher, also hiervor meinte. Sondern, das habe ich wahrscheinlich gelesen, als der hier bei dem Psychiater war. Weil das war doch schon mal, ne? Das Felsendingsbums. Nicht sehr artistisch, aber dann wieder, vielleicht Sculpting ist noch nicht ein Ding. Ja. Ähm. Weil ich meine mich nämlich... Okay, da geht es nochmal weiter. Ich meine mich nämlich daran zu erinnern, dass das mit der Szene gestartet ist. Oh Gott, wo sind wir jetzt hier gelandet? Äh. Ihr seid nicht mindert, wenn ich das, oder? Nehmen wir einfach. Cool. Okay. Biker-Typen, okay. Oh, Karotte. Ja, ne? Die Ähnlichkeit ist tatsächlich verblüffend. Sieht aus, als ob du ein bisschen kalt bist für die Fräume, oder? Ich will sehen, was ich tun kann. Okay. Rennstrecke. Steine kann man nicht nehmen. Was ist das hier? Ah, okay. Nein. Echt jetzt? Oh. Oh. Hey, Guys. Yeah, I'm talking to you. Not sure why you're so happy when you had no one running against you. I kind of like it when people don't understand me. I feel I can finally speak my mind. Ja, hat irgendwie was für sich, ja. Ein langer Monolog später. Bulli-Booster haben wir freigeschaltet. Okay. Ähm... Ja, ich denke mal, dass man hier nicht allzu viel machen kann. Hier kann man auch nicht weitergehen, ne? Nee. Ich bin mal gespannt. Wir müssen ja irgendwie noch das Kaninchen fangen. Hier ist auch nichts zum Anklicken. Da ist ein Plummsklo. Sonnenblumen. Ich liebe Sonnenblumen. Ach so, stimmt. Die habe ich ja erst gar nicht gesehen. Ach, da hat er recht. Platz im Schatten? Was geht denn hier ab? Moment, Platz im Schatten. Hm. All alone with my thoughts for a while. Meditiere für fünf Sekunden. Okay. Was geht denn hier ab? Kessel? Da war ein Hase drin. Ach, die Karotte brauchen wir doch sicher für den Hasen. Ah. Okay. Okay, den klauen wir uns. Ja, aber was machen wir jetzt? Können wir das irgendwie retten? Ich weiß ja nicht. Let's try something else. Nah. Hm. Let's try something else. Das denke ich mir nicht. Kann ich das hier irgendwie? Nah. Nee, nicht mit dem Kessel, ob du das nehmen kannst. Eh, ja. Okay. Okay. Ja, das habe ich ja versucht, aber du willst das Ding ja nicht, nicht machen. Den Blasebike vielleicht? Ja, das versuche ich doch schon die ganze Zeit. Hm. Das ist die Pyphonic Robotics Hotline. As seen on a smash-hit show. Agent Ruthless, no less. No. Da, kann ich es machen. Any day in service of the Pyphonic Empire is a good day, sir. Hmm. Hmm. Packung Kalki. Gumnastix. The strongest gum in the galaxy. You need lungs of steel to blow any bubbles with it. But when they pop, they pop loud. Okay. Nah, I'd better hang on to it. Na ja. Let's try something else. Das versuche ich ja gerade. Platz im Schatten? Hier stand doch gerade noch was anderes. Oder? Nee, das war nur Platz im Schatten, glaube ich. Hier kann ich nicht weiter, ne? Nah. Hm. Was ist denn mit dem hier? Der hat doch bestimmt die Lungen da rein zu pusten, oder? Wenn ich da reingehe? Nee, ich meditiere mal. 10 realen Minuten. Are you sure you want to do this? Das ist cool. Ich will wirklich eine Meditationspause machen. Nein, ich hab nur rumgealbert. Hey, me neither. Okay. Na gut. Ja, ich dachte, wir könnten uns vielleicht verstecken. Aber ich hab vergessen, dass hier oben das dann ja weg ist. Kann man hier rechts noch? Nee, ne? Das könnte jetzt etwas tricky werden. Also. Hier ist doch ein Kaninchen. Kann ich aber nicht mit dem benutzen. Hier ist auch nichts, womit ich das jetzt irgendwie, womit ich die weglotsen kann, oder so, ne? Scherbe darf ich ja warum auch immer nicht benutzen. Ah. Nee. Nein, nein, nein. Sollst du mit dir selber benutzen? Gumnastik. Der stärkste Gumm in der Galaxie. Du brauchst Lungen von Stil, um keine Buben mit ihnen zu schlafen. Aber wenn sie poppen, sie poppen laut. Das kann man aber auch nicht miteinander kombinieren. Brauch ich vielleicht jetzt das... Moment, brauche ich jetzt irgendwie das Harz oder so? Wahrscheinlich nicht, ne? Hm. Ich bin Angst, dass die Bugs zu klein sind, um mit einem Butterfly-Netz zu schlafen zu schlafen. Äh, ne, das war der Spielplatz, hab ich die Sachen hier. Ich kann das Ding aber auch nicht irgendwie reinhalten, dass das dann hochgeht oder so. Ja, aber der will das ja nicht einstellen. Ja, darum geht es ja. Deswegen möchte ich die ja kombinieren. Ich bin Angst, dass die Bugs zu schlafen. Ich bin Angst, dass die Bugs mit ihnen zu schlafen, aber wenn sie poppen, sie poppen laut. Nein. Ich denke, ich werde es mit ihnen zu schlafen. Nein. Hm. Lass uns die nicht kombinieren. Halte die Leertaste gedrückt, um Hotspots anzuzeigen. Ziehe Gegenstände, um sie zu kombinieren. Benutze das Mausrad, um in der Leiste der Gegenstände zu scrollen. Ah, okay. Das ist gut zu wissen. Warte mal. Erteile dem Bikertypen eine Lektion. Finde etwas zusätzliches Holz für den Kerl, der das Bike baut. Aber da muss ich das wahrscheinlich andersrum machen, ne? Erfahrungsberichte zum Fangen, das ist klar. Also das Holz hätte ich jetzt theoretisch, aber ich müsste es holen. Ich müsste die jetzt von hier verscheuchen. Was natürlich nicht so einfach ist. Also wahrscheinlich schon, aber wenn ich das Ding nicht benutzen kann, dann bringt mir das natürlich auch nichts. Hm. Kann ich mit ihr vielleicht nochmal sprechen? Äh. Ich habe drüben auf der Lichtung ein paar Urmännchen-Kaninchen kochen sehen. Ich sah ein paar K-Folk-Rabbiten an der Willow. Nein, oder? Hm. Hm. Viel. Viel, viel später. Komm back here or in. What? You think there's something down there all of a sudden? Okay. Also ich denke, das hat eventuell noch, ähm, das wäre noch nützlich für unseren Urzeitmenschen, was gerade gewesen ist. Ihr esst doch keine Urmenschen, oder? You guys don't eat K-Folk, right? No, no, that's all here, say. And the rumors of K-V's going missing overnight are just that. Rumors. Okay. Ist das kein echter Apfel? Is that not a real apple? This conversation is over. Ähm. Okay. Ja gut. Aber wir haben zumindest schon mal, oder wir sind schon mal einen Schritt weiter. Hoffe ich. Zumindest sind wir schon mal hier am Holz dran. Okay. Achso, Moment. Ich wollte gucken, ob wir jetzt hier auch noch... Nee, da war da... Nein? Hilfe? Hilfe? Ich habe gerade in den falschen Bildschirm geklickt. Okay, ja, dann müssen wir auf jeden Fall wieder zurückgehen. Währenddessen. A talking caveman, you see? Yes, that must be the time traveler. Take me to him now and I shall exact my vengeance upon him. Ruthless unbound shall be... Well, unbound, I suppose. Wait a minute. You're not going to hurt any of the caveys, are you? Well. Who are you anyway? You're one funny looking dinosaur, sir. Funny looking, am I? What is this place anyway? This is hardly a fitting environment for kids, you know. It's not nearly ruthless enough. Ruthless? The caveys love it here. How come you dinosaurs treat the cavemen like children anyway? Don't you know they will soon rise up and overthrow your kind? Oh, poppycock. Besides, it's my job to keep the caveys safe. So that they're all alive and well come the nightly feast. Oh, I see. You eat them. Well... We've got to survive somehow. We can't all be eating vegetables, you know. It used to be open season on cave folk, which made it very hard to catch any. But then the village council came up with this plan to earn their trust by opening this daycare. And now we can just pick them off one by one come nightfall. It's all quite civilized, really. Well, I say. That's actually surprisingly ruthless of you. But I must insist that you leave the talking one to me. It's a matter of honor. You've surrendered my ruthless brother quite kaput, you see. Oh, I'm not privy to the nightly selection process. You would have to bring it up with the village council. There's probably some kind of formula you'll have to fill in. Oh, great. Paperwork. Hm. Ja, er ist mir auf der Spur. Das ist nicht gut. Wir verstecken uns mal auf dem Spielplatz. So, die Frage ist jetzt, wie können wir ihm helfen? Können wir das weitergeben? Hey, here's some more wood for that frame. I guess you can't expect any words of gratitude from someone who doesn't know how to speak. But I think his bike is now ready for action. Ja, die Frage ist jetzt, muss ich ihm jetzt helfen? Jetzt macht er gar nichts mehr. We'll show those biker-thugs, buddy. We'll beat them at their own game. Hm. Ah, okay. Okay. Das war jetzt alles, was ich machen musste, oder wie? Ich dachte, der musste gewinnen. Er teile dem Biker-Typen eine Lektion. Ach so, okay. Du bist ja jetzt viel stärker. Ich bin afraid, no amount of weightlifting is gonna make me able to budge that thing. Ähm, okay. Können wir das irgendwie mit den Ranken machen, oder? Das vegane Dino sagte, das Ding macht einen wirklich lauter Geräusch. Es gibt keine Chance, dass ich das selbst benutzen kann. Ich habe keine Lungen dafür. Hm. Müsste noch irgendwas finden können, dass der rutscht, oder sowas. Müsste noch irgendwas finden können, dass der rutscht, oder sowas. Müsste noch irgendwas holen. Müsste noch irgendwas holen. Mit Harz wäre das natürlich, äh, wäre das ja rutschig. Obwohl. Aber eigentlich. Gucken. Was ist, wenn ich da Kaffee drauf mache? Ich meine, ich würde das Ding ja lieber rund machen, aber wie soll man das machen? Müsste noch ein Plan, aber ich will nicht riskieren, das Rennstrecke zu messen. Vielleicht sollte ich einen Weg finden, um den Phaser zu benutzen, um es zu machen. Okay. Könnten wir ja theoretisch beim Gegner. Rennstrecke. Vorderrad. Also die müssten wir auf jeden Fall beide einzeln machen. In der Kugel können wir auch nichts machen. Das ist nur die Straße. Achso, Moment, vorne sind doch auch Steine. Genau. Ah. Wow. 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 Okay, da steckt ja ein kleiner Künstler in ihm. Ah, ja, ja. Okay, dann machen wir das doch mal. Okay. Ich muss hier aufhören. Perfekt. Ich wollte gerade sagen, der ist doch jetzt bestimmt irgendwo weg, oder? Eine überraschend aufwendige Siegerehrung später. Jetzt haben sie sich Dreiecke gemacht. Ja, geil. Das ist natürlich mega intelligent. Oh. Ist das für mich? Das ist die Reward. A twig, ist es? Well, ich bin honnend. Ich möchte all diejenigen, die mir helfen, machen das möglich. Both meine Opponenten. Und above all, meine Team-Mate. Wer ich denke, ich sehe da noch auf dem Horizont. Pff. Ja, ich würde sagen, mit diesen wundervollen letzten Bildern hier, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020